So, wenn du jetzt auch mal in den Raum kommen würdest, dann könnten wir auch mal an... Achso, ja, stimmt. We are currently experiencing technical problems. Please sit by. Oh, der Profi hier am Schlag. Hahaha, auch das ist so unfair. Da bin ich einmal erster und dann kommt ihr rein. Mein Gott, für den nächsten... Große Panzer. Mann, jetzt hab ich's aber. Große Panzer. Oh Leute, eigentlich könnte ich abwehren. Weil ich vom Witz... Scheiße. Oh, ja klar. Siehste, das meine ich halt. Das Item würde ich gerne, oder? Wir haben hier gerade ein spezielles Setup. Denn, wir sind hier gerade bei... Gecheckt. Also, die Dudes hier, die haben uns das alles hier vorbereitet. Schön mit dem Greenscreen, den man hier nicht sehen kann. Und allem drum und dran. Webcams. Und... Auf jeden Fall. Ein großes Dankeschön nochmal. Die haben die Leute von gecheckt. Das bedeutet, nur im Schlachtmodus... Das bedeutet, nur im Schlachtmodus kann man hier... Fehler... wirklich bekommen. Oh, ich finde meine Strecke... Ich finde meine Strecke aber besser als deine. Ja. Woran? Also, ich hätt's ja voll blöd gefunden, wenn wir deine Strecke gehabt hätten. sofort da hinfahren und versuch die 1 zu sammeln. Nein. Und ne Banane. Oh. Oh. Oh nein. Oh, Alter, hat sie die Aimbot. Aimbot? Ja. Gibt's das auch bei Mario gar nicht? Stimmt. Nein. Wir haben frei. Oh. Melinda hat sie. Rechts ist sie irgendwo. Oh, lol. Irgendwie wir alle mit dem Ding der Knall. Ja. Ja. Jawoll. Sauber. We musikour. Ja. Wir reden. accompagnful đáεις. Wirństle. Wir leben.